Hier kommt wieder nicht alle mit, da steht nochmal ein ganzes Zug. Oh, 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 oh. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Und da müssen wir uns was einfallen lassen. Das hier steht alles so schön, auf was wartet ihr denn auf den Zug? Ja, kann noch dauern. Aber wir sehen, wir haben auf jeden Fall wenig. Wir nehmen ... Die Zahl senkt sich um, ich glaube knapp 15 pro Fahrt. Aber wenn das so weiter geht, haben wir das klar irgendwann mal weg. Wir müssen hier noch Busse, habe ich ganz vergessen. Wir müssen hier noch eine Buslinie einrichten. Obwohl, der reicht eigentlich schon ziemlich viel, muss man sagen. Aber wir könnten ja sicherheitshalber trotzdem eine errichten. Oh, neues Flugzeug. Jetzt müssen wir auch mal demnächst mal ausprobieren, die Räderei, die Schiffsräderei und das Flugzeug. Aber da würde ich dann wahrscheinlich eher später drauf eingehen. Zu dem wir ja auch schon im Jahr 1925 sind. Aber ich bin ja die ganze Zeit im schnellen Modus. Da ich ja ein bisschen Geld am Farm bin. Achso, da ist noch eine alte Straße dazwischen. Oder was ist das? Oder ist das Gehweg-only? Oder... Müssen wir das verstehen? Ach komm, wir bauen da einfach... Oh, was habe ich denn hier? Einen Drambarn hoch? Aha. Ja. Age-old-New-Plattforms-3. Oh, cool. Cool. Okay. Also... Was ist, wenn ich denn hier erweitern möchte? Ah, okay. Der macht es so. Okay. Einen 5. 5 wäre dann so. Na gut, 6 ist ja dann klar. Äh... Wo wäre denn die Second-Street-Connection? Alter, die... Das Glecke im Baumenü, ja? Also wirklich, bitte fix das. Entweder ist es noch ein Bug oder sonst irgendwas. Wo soll denn der hin? Ich sehe gerade nicht so ganz, wo der hinkommt, aber... Wo kam da jetzt noch eine Second-Street-Connection hin? Okay... Ich mache jetzt einfach mal anwenden. Okay, deshalb habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, wo da die Second-Street-Connection sein soll. Oh, das ist dann einfach nur eine größere. Das sind die Passagierzüge so dicht hintereinander. Warum denn das? Was ich auch gemerkt habe, wir müssen hier mal ein bisschen unser Einzugsgebiet erweitern. LKW-Station. LKW-Station. Ah, das ist bloß so eine große. Hose. Ungern. Wirklich ungern, aber... nicht. Es ging doch gerade. Es ging doch gerade. Es ging gerade. Es ist halt unmöglich, im Bau-Menü da irgendwas zu bauen. LKW-Station. 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 Aber nein, es ist wirklich noch wegen der Alpha wahrscheinlich. Oder ne, es ist ja keine Alpha wegen der Beta. LKW-Station. So, da brauchen wir jetzt mal Güter. Okay, der transportiert alles. 8,8, 40, 30. Ja, der transportiert alles. Alles gut. Alter Schwede, ein riesen Teil. LKW-Station. 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 Das funktioniert ja dann mal oder auch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Güter. Hoffentlich... Oh ja, man sieht, die Produktion steigt. Größer, nee, nächstes ist 400. Was haben wir hier? Ja, das dauert noch. 86, wo sind meine zusätzliche Getreide zu hier? Die zwei zusammenpacken nicht mal das, was da am Bahnhof ist. Der ist sehr interessant. Ist das 7? Ja, der ist jetzt voll. Und es stehen immer noch. Aber das macht nicht so viel. So, damit haben sie da hinten wieder ange... Ah, nun... Erreichen wir damit alles? Hier hinten müssten wir vielleicht noch mal einen Zinn bauen. Oder wir machen es einfach einfacher. Alter, wat für eine Steigung. Hallo? Baumenü? Oh, nee! Okay, kannst du mir bitte verraten, wo hier eine Steigung zu hoch ist? Also, wirklich. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe, aber... Das Geruchel im Baumenü... Nein. Sorry. Ja. Sag mir mal bitte, wo hier die... Was soll das, Mann? Hör auf mit dem Geruchel. Ja. Na, jetzt nimmt der Bahnhof hier auch mehr ein. Wie passt das auch wieder? Da, den haben wir auch nicht mehr. Da ist schon ziemlich was los, muss man sagen. Oh, 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 was ist denn hier los? Linie 7. Was geht denn hier? Ja, der Zug ist halt nicht größer, muss... Hast du halt Pech. Außer... Das sind jo jetzt die da drauf. Außer wir sagen... Das soll ein Meer... Ja... Ja, nicht elektrisch. Wir müssen hier auf die Länge achten. Wir müssen hier auf die Länge achten. So... Güter... Lebensmittel... 81... Passt. Wie viel stehen denn da? Äh, das ist die Linie... 5. Freifahrt. Bisschen die Beschleunigung ran gucken. Bis Linie 7. Ja gut, die ist natürlich ein bisschen langsamer. Ach so... Ach so, Linie 7 geht so ab, nicht Linie 5. Ja gut, hätten wir da gar nicht... Ja gut, haben wir trotzdem erweitert. Mal umkehren ins Depot bitte. Wollen wir gleich verkaufen. Wunderbar. Ah, jetzt habe ich es nicht gesehen. Hier kommen die anderen 7er. Aber in dem 7er, da fehlt es schon. Ich muss hier mal kurz Pause machen. Ist das die Güter? Jawohl, das ist... Aber das ist aber die stärkere, oder? Ne, das ist auch die schwache. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, welche Linie war das jetzt? Die da. So, dann lassen wir den noch schnell rausfahren. Und dann war es jetzt auch wieder mit dieser Aufnahmesession. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.